Liebe Kunden, wir sind seit 1969 Ihr Familienbetrieb Auto Lotspeich. Angefangen 1969 von Herrn Bernhard Lotspeich, meinem Vater, mit einer freien Werkstatt und einer Tankstelle. Und seit 1975 sind wir der älteste Münchner Mazda-Händler. 2003 ein Autobild-Werkstatt-Test, der mit Fair und Fit, mit der Gesamtnote gut bei uns bewertet wurde. Unseren persönlichen Kontakt zu den Kunden, das schätzen unsere Kunden. Wir haben viele langjährige Mitarbeiter bereits, die auch bis zu über 30 Jahren schon bei uns sind, die sich jederzeit persönlich gerne um sie kümmern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017